Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es euch extrem doll gewünscht und das habe ich mir so gar nicht gedacht. Ich freue mich aber trotzdem, denn heute zeige ich euch meine Hautpflege Skincare Favoriten 2022. Heute geht es nicht um Tools unbedingt. Ich benutze Foreo Produkte. Ich habe verschiedene elektronische Geräte, um meine Haut zu pflegen. Das ist hier aber nicht in dem Video drin. Ich möchte euch heute wirklich die Skincare Favoriten von mir zeigen, die ich das ganze Jahr über benutzt habe. Einige sind ein bisschen neuer, einige sind doch schon echt ein paar Tage alt, haben aber auch sehr, sehr lange gehalten. Und ich bin super gespannt, welche eure Hautpflege Favoriten 2022 sind. Lasst es mich also gerne unten in den Kommentaren wissen und lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Falls ihr es noch nicht getan habt, so verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Wir haben viele Produkte hier. Wir haben einiges aus der Drogerie. Wir haben einiges aus dem High-End, ein, ja, zwei aus dem High-End Bereich und der Rest ist alles irgendwo so dazwischen. Das Video ist nicht gesponsert. Ich habe aber hier Produkte natürlich von Kooperationspartnern mit drin, wo ich einen Code habe. Also falls ich kurz habe zu den Produkten, ich liste euch unten einmal alles auf. Wie gesagt, kein bezahltes Video, keine Zusammenarbeit, aber es sind natürlich Produkte, die ich auch in Kooperation zeige. Weil es wäre komisch, wenn ich euch Produkte zeige, in Kooperation sie aber nicht in meinen Jahresfavoriten drin hätte, euch aber in den Kooperation sage, dass ich sie jeden Tag benutze. Wäre halt Quatsch und ist halt auch nicht so. Deswegen starten wir einfach mal mit dem ersten Produkt. Ich habe, wie gesagt, keine Struktur mit drin. Hier ist aber ein Produkt von Catrice. Das ist das Lip Loving Overnight Lip Mask. Das ist ein Dupe zu dem Laneige Lip Sleeping Treatment, glaube ich. Es ist wunderschön. Ich benutze das gar nicht nur unbedingt nachts, sondern ich benutze das Tatsache auch im Alltag. Es ist jetzt auch schon fast leer. Es ist eine recht gelige Konsistenz. Was ich daran gerne mag, ist, dass es nicht so intensiv riecht und auch nicht so brennt. Alternativ habe ich das Carmex. Das ist mittlerweile auch fast leer. Ein bisschen ist noch was drin. Das ist aber ein bisschen aggressiver und das spendet eher Feuchtigkeit. Ich benutze keine Lippenpflegestifte, sondern wirklich nur diese Overnight Treatments, weil ich das Gefühl habe, dass es die Lippen ein bisschen besser verkraften. Und gerade jetzt in dieser Jahreszeit, wenn es wirklich kalt ist und wirklich komisch ist, benutze ich das jeden Tag, sobald ich auch rausgehe. Also Catrice Lip Loving Overnight Lip Mask hat mir jetzt vor allem die letzten drei Monate sehr, sehr gut getan. Wir haben ein Hyaluronsäureserum aus der Drogerie. Das ist Isana Pure. Das ist feuchtigkeitsspendend und intensiv pflegende Serum mit Hyaluron und Panthenol. Ohne Parfum, Silikrone und alles, was nicht dazugehört. Das ist ein recht günstiges Hyaluronsäureserum. Ich mache es aber mit... Also ich bin mittlerweile mit meiner Haut an einem Punkt, wo ich sehr zufrieden bin, Tatsache. Das Einzige, was mich stört, ist, dass ich jetzt so langsam merke, dass meine Haut mehr reagiert auf Umwelteinflüsse. Also ist es die Sonne zu doll da und der Lichtschutzfaktor war nicht ausreichend, verbrenne ich recht schnell. Ist die Luft zu trocken, kriege ich sehr schnell trockene Haut. Und ich probiere mit verschiedenen Produkten. Und das sind nicht nur die Produkte, die ich jeden Tag benutze, sondern ich passe wirklich immer jeden Tag abends meine Hautpflegeroutine an. Denn vielleicht mache ich das nochmal in einem separaten Video. Aber das ist halt recht schwierig, das kompakt zusammenzupacken, dass es für euch am Ende des Tages Sinn ergibt. Weil ich das halt jeden Tag neu kombiniere, damit ich nicht jeden Tag dasselbe habe. Das Visana Hyaluronsäureserum ist ein sehr, sehr gutes. Es ist recht günstig. Es versorgt die Haut gut mit Feuchtigkeit. Das benutze ich Tatsache sehr, sehr gerne. Vor allen Dingen morgens vor Make-up. Also einfach als zweiten Schritt nach einem Toner beispielsweise ist das sehr, 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 sehr gut. Ich habe eins, was ich gerade benutze. Deswegen ist das hier, was ich euch gleich zeige, noch zu. Das ist aus Korean Skincare. Ich habe aber hier das Fenty Fat Water. Das gibt es jetzt auch in der Hydrating-Version. Das habe ich fast leer. Das habe ich mir jetzt extra nochmal nachbestellt zur Black Week, weil es jetzt leer war. Das ist ein Pore Refining Toner Serum. Das sorgt dafür, dass die Haut so ein bisschen klarer wird, dass sie trotzdem mit Feuchtigkeit versorgt wird. Und generell muss ich sagen, Fenty Skin ist für mich außer dieser Exfoliator kein Flock mit dabei. Ich benutze die Maske regelmäßig. Die Augencreme habe ich mittlerweile leer gemacht. Das Fat Water. Auch der Lichtschutzfaktor ist jeden Tag bei mir in Gebrauch im Winter. Deswegen habe ich ihn jetzt hier nicht mit drauf. Wobei, hier habt ihr den Lichtschutzfaktor auch noch. Fenty Skin sehr, sehr gut. Mein Abschminkzeug würde ich euch gerne zeigen. Ich habe mir das aber umgefüllt, damit die Flasche besser ins Bad passt. Ich habe mir das in einfach so einen Pumpspender gefüllt und benutze das jeden Tag. Fenty Skin Cleanser und das Fat Water sehr, 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 sehr gut für, ja, wenn ich doch schon beanspruchte Haut habe. Das Reinigungsmittel ist tatsächlich das einzige Reinigungsmittel, was ich benutze. Period. Okay, ich habe apropos Reinigung. Das zähle ich aber nicht mit zur Reinigung, sondern eher als Treatment. Das ist von L'Oreal das Revitalift Hautbild erneuerndes Waschgel mit Glykolsäure. Benutze ich jetzt eher im Herbst und Frühling und Winter als im Sommer. Glykolsäure sorgt dafür, dass die Haut einfach ein bisschen von toten Hautschippchen befreit wird. Und das ist recht hoch konzentriert, wie ich finde. 3,5% Glykolsäure in einem Waschgel ist schon recht hoch. Man kann es jeden Tag benutzen, dafür ist es mir dann aber zu viel. Das ist ganz spannend, weil das ist sehr gelig, aber es schäumt nicht so auf wie ein Gel und man braucht einen Moment, das wieder runterzunehmen. Ich benutze das meistens in der Dusche, zweimal die Woche. Ich mache auch keine richtigen mechanischen Peelings, sondern wirklich nur chemische Peelings und dafür nutze ich das. Funktioniert auch sehr, sehr gut, wenn ihr kleine Pickelchen am Rücken oder am Bein habt. Mag ich das ganz gern. Es hat keine scharfen Kanten mit drin, es sind keine Kügelchen mit drin. Und das habe ich jetzt im... Wann habe ich das gekauft? Im Mai? Also das kriege ich wahrscheinlich bis nächstes Jahr Oktober nicht leer. Braucht man halt nicht viel davon. Mag ich sehr gern und ich habe viel, viel Gutes davon gehört. Eine kleine Eigenwerbung möchte ich hier an dieser Stelle auch noch machen. Microfiber Multitools. Einmal in schwarz und einmal in pink. Gibt es jetzt, ich packe euch auch nochmal einen extra Code hier mit rein, damit kriegt ihr nochmal 10% auf Microfiber Multitools. Das ist... Eigenlob stinkt, aber die beiden Schätzchen oder das Schätzchen hat meine Hautfliegeroutine massiv geändert. Gerade wenn ich... Also ich schminke mich halt drei, vier Mal am Tag teilweise neu. Und ich will nicht immer mit Micellenwasser und mit diesem Reinigungsmittel und diesem Reinigungsmittel rangehen zwischen den einzelnen Make-ups, die ich hier mache. Und dafür sind die perfekt. Auch zum Maske abnehmen oder so. Ich sitze auch gerade dabei an Verhandlungen für verschiedene Kosmetikstudios, die mit dem Microfiber Multitools auszustatten. Weil es einfach eine sehr hygienische Möglichkeit ist und eine sehr kostensparende Möglichkeit ist, wenn man nicht immer Wattepads benutzen muss. Sie haben leichtes, weichzeichnendes Gefühl auf der Haut. Sie nehmen tote Hautschippchen auch gleich mit weg. Sehr, 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 sehr große Liebe für Microfiber Multitools. Hi, 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 hi. Das Ding war ja die letzten Wochen ein bisschen schwierig. Ich nehme es trotzdem mal mit rein, auch wenn ich da wahrscheinlich mega viel Ärger kriegen werde. 120 Stunden Liquid Hydrator von NoCosmetics. NoCosmetics gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe auch viele tolle Produkte jetzt kennengelernt, habe sie aber hier noch nicht mit reingenommen, weil ich einfach noch nicht so viel Erfahrung damit habe. Der Liquid Hydrator ist aber sehr, 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 sehr gut. Also der hat mir gut gefallen mit Ectuin und Beta-Glucan. Ich glaube, den kennt ihr mittlerweile alle. Den benutze ich meistens wirklich jetzt zu der Zeit, wenn die Haut wirklich beansprucht ist. Ich habe mir den auch in einen Setting-Spray umgefüllt und nehme den tatsächlich auch sehr, sehr gerne über Make-up, weil ich finde, dass er ein schönes Finish auf der Haut hinterlässt über Make-up. Also NoCosmetics, call me. Sehr, 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 sehr gut. Lichtschutzfaktor ist etwas, was ich... Also, ich glaube, ihr habt es auch gesehen, dieses Jahr hat sich bei mir auch so ein bisschen die Interesse oder die Interessen so ein bisschen verändert. Make-up ist natürlich ein großer, wichtiger Teil, aber ich habe für mich oder ich habe mir vorgenommen, mich auch wohlzufühlen ohne Make-up. Und damit habe ich ja angefangen, weil ich mich halt nicht ohne Make-up wohlgefühlt habe. Und so langsam merke ich diesen Shift bei mir auch im Kopf. Ich setze mich mehr mit Skincare auseinander. Ich entwickle eine eigene Skincare-Linie. Ich entwickle eigene Produkte und ich habe einen neuen Wunsch oder ein neues Ziel für mich entdeckt. Ich möchte einfach nicht mehr wie vor vier Jahren den Alterungsprozess stoppen, sondern ich möchte einfach meine Haut pflegen und gesund beim Alterungsprozess begleiten. Und das kann ich mit den Produkten sehr, sehr gut, glaube ich. Ich bin jetzt 27 und das ist für mich auch eine gute Zeit, einfach jetzt auch anzufangen mit Produkten, die nicht nur Feuchtigkeit spenden, sondern auch so ein bisschen mehr machen. Und dafür habe ich Lichtschutzfaktor ganz, ganz wichtig auch empfunden. Ihr könnt so viel Geld in Skincare ausgeben, wie ihr wollt. 500 Euro Cremes, kein Problem bei Douglas so ungefähr. Wenn ihr keinen Lichtschutzfaktor benutzt, dann ist das einfach Quatsch. Und ich habe hier dieses Jahr bestimmt vier Tuben aufgebraucht. Das Hyaluron Sonnenfluid von Sun Ozon. Leider gab es das nur im Sommer. Also gibt es jetzt gerade nicht mehr. Ich hoffe aber, dass es ins Standard-Sortiment ab nächstem Jahr kommt, weil es einfach sehr, sehr gut war. Es hat die Feuchtigkeit gespendet, es hat nicht geweißelt, es hat keine Unterlagerung gegeben. Es hat Feuchtigkeit gespendet und es hat sehr, sehr gut unter Make-Up vor allem auch funktioniert. Große Empfehlung, Lichtschutzfaktor 50 UVA UVB. Und es war nicht teuer, ich glaube 4 Euro oder so. Jetzt wird es tatsache alles so ein bisschen teurer. Wobei, nee, Jepoda The Misthave. Ich habe nächste Woche einen Rabattcode für Jepoda wieder für euch. Das ist ein feuchtigkeitsspendendes Spray, was einfach gebe ich auch gerne mal zwischendurch drüber. Es spendet Feuchtigkeit, es ist revitalisierend, es ist entspannt mit so ein bisschen Lavendel. Und gerade abends habe ich das sehr, sehr gerne benutzt. Aber ich erzähle euch mehr zu Jepoda, wenn ich auch einen Rabattcode habe, weil es wäre jetzt doof. Eine Sache, die ich sehr, sehr spannend fand, Dermalogica, kennt ihr mit Sicherheit. Das ist ja auch so ein richtig professionelles Hautpflege, so eine professionelle Hautpflegemarke. Und da gibt es ja diesen Powder Exfoliant. Den fand ich aber ein bisschen aggressiv. Und jetzt kam recht neu vor 3-4 Monaten der Daily Milkfoliant raus. Der ist auf Basis von, ich glaube, Weizen. Ja, Weizen. Das ist ganz spannend. Das ist ein Pulver, also es sieht aus wie Mehl. Und sobald du Wasser mit reingehst, wird das so richtig schön schaumig. Und das ist ein sehr, 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 sehr angenehmes Peeling auf der Haut. Hat AHAs und BHAs mit drin. Ich finde aber so reduziert drin, dass du es wirklich jeden Tag benutzen kannst. Und die Haut ist danach wirklich extrem weich. AHAs, BHAs, Lichtschutzfaktor. Generell Lichtschutzfaktor, aber gerade wenn ihr Retinol, AHAs, BHAs benutzt, Lichtschutzfaktor. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da sind 74 Gramm drin, aber du brauchst am Tag vielleicht ein Viertel Gramm. So ungefähr, du kommst da Ewigkeiten weit mit. Das ist sehr, sehr gut gewesen. Und es nimmt auch Make-up sehr, sehr gut auf. Ich habe neulich vergessen, mich abzuschminken und bin in die Dusche gegangen und habe das dann benutzt. Und das Make-up war trotzdem weg. Also hat sehr, sehr gut funktioniert. Puh, ein Ding, was wirklich sehr, sehr viral war dieses Jahr. Und auch meiner Meinung nach wirklich zu Recht. Es sind oft so Produkte, die viral gehen, wo ich mir so denke, okay, es ist jetzt nichts Spektakuläres. Aber Glow Recipe, die Watermelon, naja, Cinemite Dew Drops. Das ist Niacinamid, aber das geht schon so ein bisschen in Richtung Hybrid. Make-up und Skincare. Ja, das ist ein durchsichtiges Gel, so ein bisschen Rosé-Farben ist es. Riecht nach Wassermelone. Aber das Spannende ist, du kannst es mit deiner Foundation mischen und kriegst ein Goddess Glow. Du kannst es auch unter die Foundation geben und du hast dieses leichte Gefühl auf der Haut. Es pflegt die Haut sehr, sehr gut. Es spendet Feuchtigkeit. Und es hat halt diesen super reflektierenden Look auf der Haut. Es zieht gut ein und es bleibt dann nicht so ölig, sondern es zieht ein, aber dieser Glow bleibt. Und ich habe das Gefühl, er bildet wie so eine Schutzschicht zwischen deiner Hautpflege und deinem Make-up. Und schützt die Haut so ein bisschen vom Austrocknen und vom Reizen oder auch vom Ausbrechen an Pickeln. Das war wirklich phänomenal. Ist mittlerweile auch die dritte Flasche, die ich benutzt habe. Gibt es auch mittlerweile, wie ihr war, zwischendurch monatelang ausverkauft. Sehr, sehr große Empfehlung. Wow, Ende des Jahres, ich kann nicht mehr. Man merkt es, glaube ich. Ich bin over. Apropos over. Asam hat was Neues rausgebracht. Ich habe einen Asam-Rabatt-Code, auch ungesponsert. Das ist ein Affiliate-Code. Dieser ist ein bisschen komplizierter. Ich habe einmal den Asam-Beauty-Code in meiner eigenen Asam-Beauty-Sendung. Ist kein Affiliate-Code. Ich habe einen Asam-Beauty-Code für die Videoplatzierungen hier auf YouTube. Einmal im Monat seht ihr das, dann ist auch kein Affiliate-Code. Ich habe aber einen Code, der unabhängig von diesen Codes ist, der immer geht. Und ich glaube, diesen Monat ist es maximus 12 oder maximus Dezember. Ich schreibe euch das unten hin. Asam hat eine neue Pflegerei rausgebracht. Unter anderem die Magic Care. Und da hat ein Produkt für mich wirklich massiv überzeugt. Ist auch schon fast leer. Das ist die Pink Pore Clay Mask. Das ist eine Maske aus pinker Tonerde. Aber das ist die erste Maske, die die Haut reinigt, reinigt, aber nicht austrocknet. Genauso wie die von Charlotte Tilbury, diese Goddess Clay Mask. Phänomenal. Das würde ich als Dupe bezeichnen. Die von Charlotte Tilbury kostet, glaube ich, bei 30ml 74 Euro. Die kostet bei 30, glaube ich, 19 Euro. Und dann halt mit dem Code noch. Sehr, 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 sehr gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber zu Magic Care. Die anderen Produkte teste ich noch so ein bisschen. Ansonsten generell, wenn euch bei Asam was interessiert, genauso wie das nächste Produkt, was auch hier mittlerweile schon wieder fast leer ist, das ist die Aqua Intense Serie. Asam hat ja wirklich extrem viele verschiedene Hautpflegereien, die sehr kompakt auf einen Wirkstoff sind. Hier ist es Hyaluronsäure. Es gibt die Retinol-Reihe, die ich sehr, sehr gerne benutze. Aber bei Retinol will ich nicht zu viel darüber reden, weil ich Angst habe, dass es euch mehr schadet, als dass es euch nützt, wenn ihr euch nicht an Lichtschutzfaktor haltet. Retinol, große Empfehlung. Aqua Intense ist die einzige Reihe, die wirklich gar nichts drin hat, außer Hyaluronsäure. Keine Parfums, keine Parabene. Die ist sehr, sehr leicht, leicht formuliert. Und deswegen benutze ich sie total gerne im Alltag in Kombination mit anderen Produkten, weil sie einfach sehr schön, wow, weil sie einfach sehr, sehr schön Feuchtigkeit spendet. Aqua Intense könnt ihr gerne mal ausprobieren, wenn ihr eine sehr empfindliche Haut habt. Ansonsten Retinol. Oder auch gerade Favorit Resveratrol. Das ist aber eher was für reife Haut. Und ich bilde mir ein, dass ich das jetzt gerade brauche. Im Moment im Winter, weil ich eine anspruchsvollere Haut mir einrede. Und das sehr, sehr gut funktioniert. Wunderschön unter Make-up. Wenn ihr wollt, wenn euch das wirklich interessiert, schreibt es mir in die Kommentare. Zeige ich euch mal verschiedene Pflegeserien von Asam. Ich habe gefühlt, glaube ich, alle, alle aufgestellt, dass ich dann immer jeden Tag das, das, das und das benutzen kann. Weil ich ja, wie gesagt, immer so ein bisschen wechsle. Jetzt wird es teuer. Jetzt wird es leider wirklich, wirklich teuer. Aber das, ich bin großer Freund von günstigen Produkten, vor allen Dingen, was Make-up angeht. Bei Skincare gebe ich lieber nochmal ein Fünfer mehr mit aus, weil ich das Gefühl habe, dass Pflege aus der Drogerie nicht so hoch konzentriert ist. Korrigiert mich, wenn ich da falsch bin. Ich bin kein Skincare-YouTuber. Aber in meinem, oder mit meinen Erfahrungen kann ich das für mich zumindest selber belegen. Einmal von La Roche-Posay. Tolerian Sensitive Cream. Das ist eine Creme, die ich gerne im Winter benutze. Ich habe einen Dupe dazu. Das ist die hier von Mixer. Es ist schon fast gar kein Dupe mehr, weil hier sind 400 Gramm drin. Hier sind 40 Milliliter drin. Sehr, sehr schützend. Auch gerade jetzt im Winter wieder, wenn die Haut trocken ist und ich aber kein Make-up trage und dann habe ich das Gefühl, dass die Haut wie so eine kleine Schicht hat drüber, dass sie die Feuchtigkeit nicht verdunstet. Gefällt mir sehr, sehr gut. Als weiteren Schutz, wirklich Schutz vor Feuchtigkeitsverlust, bin ich ein großer, großer Freund von Ölen und geschäumten Ölen und Buttern und alles, was sehr, sehr dick ist. Genau so Vaseline-Konsistenz. Da habe ich das hier von Drunk Elephant. Das ist die Wonder White Miracle Butter mit Marula Butter und Midao Foam Oil. Keine Ahnung, was Midao Foam... Das ist wie Schmalz von der Textur her. Sehr, 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 sehr dick. Aber super, super schützend so als Abschlusspflege. Also ich mache ja dieses Layering. Ich gehe von Dünn-Konsistenzen, Visieren, Tonern, werde ich immer dicker und der Abschluss ist bei mir immer ein Öl. Das ist entweder das hier, weil es wirklich extrem reichhaltig ist oder es ist das hier. Und vielleicht erinnert ihr euch, letztes Jahr hatte ich euch das Wishful-Öl gezeigt. Benutze ich auch regelmäßig noch. Ich kann den Duft aber Tatsache gar nicht mehr ab. Also da kriege ich wirklich einen Brechreiz. Das Collagen Superfusion Facial Oil von Charlotte Tilbury war dagegen wirklich toll. Das riecht... Das riecht wie Sauna, wie Spa. So ein bisschen Zitrisch, ein bisschen Zedernholz. Sehr, 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 sehr toll. Also da kriege ich... Da geht mir einer ab, wenn ich das rieche. Das ist aber auch eher Richtung trockenes Öl. Also nicht so super ölig, dass du das Gefühl hast, dir rutscht das Gesicht weg. Funktioniert sehr, sehr gut mit Foundations. Auch zusammengemischt. Hat Kollagen mit drin. Spendet nochmal Feuchtigkeit. Hat Pflanzenextrakte mit drin, die die Haut wirklich schön durchdringen. Und das... Den Verlust der Feuchtigkeit auch nochmal so ein bisschen verhindern. Sehr teuer, aber leider sehr, 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 sehr gut. Ich finde, Öle sind generell was sehr, sehr Tolles. Neulich habe ich gesehen bei TikTok, da hat jemand... Hat so Olivenöl ins Gesicht geklatscht? Ist ja auch Öl. Ja, aber dann nimm lieber Vaseline. Okay, und zu guter Letzt etwas. Boah, das macht mich so wütend. Das macht mich so wütend, weil ich das so toll finde. Ihr wisst, dass ich ein großer Fan von Augenpatches bin. Und ich habe viele Jahre lang jetzt die von How Cosmetics benutzt. Und dann kam Annemarie Burland raus. Die gute Annemarie macht auch Richtung Naturkosmetik. Hat sich vor zwei, drei Jahren, glaube ich, schon mit Nova Lana Love zusammengetan und diese Goldpads rausgebracht. Ich habe neulich, weil es sie jetzt wieder gibt, die waren ja Ewigkeiten ausverkauft, ich habe jeden Douglas, ich habe jeden Galeria Kaufhof abgesucht. Jahre lang, anderthalb Jahre jetzt gefühlt. Und sie gab es nicht. Neulich war ich mit meiner Mutter einkaufen, habe die gefunden, habe mir zehn Pakete gekauft. Zehn. Die sind sehr, sehr teuer. Aber es sind die einzigen Augenpads, die meiner Meinung nach wirklich einen Effekt haben. Die Haut danach ist so weich und ganz, 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 ganz prall. Und optisch macht es auch noch was. Da ist nämlich, das habe ich neulich erst verstanden, da ist Mika mit drin und Titaniumoxid, was optisch die Augen dann auch nochmal aufhält. Das hinterlässt nämlich so einen leichten Glow auf der Haut und dadurch wirken die Augen auch nochmal viel, viel frischer. Die einzigen Augenpads, die meiner Meinung nach wirklich was bringen. Und das macht mich so wütend, weil ich gerne selber Augenpads rausbringen würde für eine Marke, die ich euch noch nicht verraten darf. Und es fällt mir so schwer, etwas rauszubringen. Es muss besser sein als das. Und das ist sehr, sehr schwierig. Also wisst ihr, wie toll ich diese Augenpads finde. Und das, Freunde, waren wirklich die Produkte, die mir am meisten dieses Jahr geholfen haben, meine Haut so hinzukriegen, wie sie mir gerade gefällt. Und ich bin sehr, sehr zufrieden mit meiner Haut gerade. Ich bin sehr gespannt auf eure Skincare-Favoriten 2022. Ich gucke mal, dass ich euch alles irgendwie verlinkt kriege unten. Schaut da also gerne mal vorbei. Denkt an die Codes, falls ihr die Codes einlösen wollt. Schaut bei Magiamo vorbei. Das war 2022 in Rückblicken an Produkten. Ich danke euch für dieses wundervolle Jahr und wir sehen uns ganz bald zu einem neuen Video hier wieder. Passt auf euch auf! Passt auf euch auf!